Ladies and gentlemen Hey Leute Willkommen zurück Genau Deiner weiteren Folge Season 1 Zu kommentierten Spielszenen von Johnny und dem Findus Mach's nur hier gerade What the hell Alter Hast du irgendwelche Sachen noch von mir? Keine Ahnung Ja ist auch egal ich hatte eh nichts wichtiges Ne Ruhe? Ne das ist meins Ich hab sogar bekommen Mit einem Schlag Alter Falter Wie ich mach dieses kack verzauberte Buch dran Ähm Alter Das ist jetzt Bullshit hier was ich mache Oh mein Bogen hast du zum Glück nicht bekommen Ja Moritz das ist Bullshit was du gerade machst Wieso du weißt okay nicht was ich hier mache Hast du aber gerade gesagt dass es Bullshit ist Ja wenn ich mich was Boah geh jetzt mal Eisen fahren Ich? Ja Ich baue gerade ein Dings hier Achso ja okay dann geh ich jetzt Haus unterm Haus Ja dann geh ich jetzt gleich Dann suche ich mir eine schöne Höhle Dann suche ich mir eine schöne Höhle Ich glaube das könnte eigentlich ganz schnieke werden Meinst du? Ja Aber die Kisten müssen aussortiert werden Ne Und hier wäre sogar noch Platz für eine zweite Unteretage Ja Alter in dem gesamten Berg ist noch Platz für 10 neue Etagen Juhu wir haben zwei Hühnchen Okay das ist nicht vorteil Du darfst jetzt Fuck hast du was zu futtern? Ah ich habe Ich habe dir doch viel Dings in den Naja In die in die Truhe getan Viel gebratene Hühnchen Und wir können jetzt immer die Hühnchen paaren mit Samen Mach das eine hinter dir mal gleich zu Warte ich pack ein Hühnchen Ich kann noch vier Eier reinschmeißen Ja mach mal Kein Huhn Ah Schade schade Oh Karotten sind fertig Sehr schön Wow Ich bin mir gerade nicht sicher Ob ich jetzt nur eine hängende Etage drunter machen soll Oder mit einer Stütze direkt zum Boden Weil ich glaube das sieht nicht ganz so geil los Weil die nämlich dich lassen müsste Das musst du dir jetzt mal entscheiden Ich versuche jetzt mal irgendwie eine Höhle aufzutreiben wo wir Eisen kriegen Fuck Weil auf Stripmine oder so ein Bock irgendwie so ein Kacke habe ich keinen Bock Auf was? Ja Stripmine Ja stimmt schon das ist immer so ein bisschen Ja stimmt schon das ist immer so ein bisschen Wollte er von uns die ganze Zeit irgendwelche Komischen also lustigen aber auch coolen berufen Und dann hat er am Ende Drogendealer Terrorist und allen möglichen Scheiß aufgeschrieben Wir haben das so gefeiert Das war so geil Wer ist denn da noch? Äh ja einer vom Gilm Wer denn? Wie heißt der? Äh Bjarne Bjarne? Hat der eine Brille? Äh ne Ah Locken Ne Das ist ganz kurze Haare Ah ja so blond ne? Äh Ja Ja kenn ich Und noch eine von einer Realschule Das sieht auch geil aus hier So ein kleines Tal sozusagen Alter ist das ein fetter Berg Alter Du bist mir hier auch oft zerklüftet Ohne Spaß selbst in diesem Berg Alter what the fuck Selbst in diesem Berg sehe ich nirgends wo ein Eisen Man kann sein dass es kein Eisen gibt Kann das irgendwie sein? Dass es kein Eisen hier in der Cliff gibt Kohle gibt's haufenweise Hier nochmal ein paar schöne Kühe Alter ohne Witz Das kann doch nicht wahr sein Ich baue mich jetzt mal einfach einen Berg rein Tu das Ja auch in Mit der Hoffnung dass ich was finde Weil das wäre echt ein bisschen kacke ne Wenn wir jetzt nur die ganze Zeit Obwohl ich habe ja aber schon Eisen in Truhen gefunden Ja Ja gefunden Nicht gefarmt Ja das stimmt allerdings Aber in Bergen habe ich gehört Es ist eh nicht so viel Eisen Also warte mal Hier ist es bisher auch noch Nirgends wo eine Höhle in Sicht Das kotzt mir ein bisschen an Oder die ist an irgendeiner steilen Wand Komm mal ab hier So Wenn hier jetzt ein Zombie von hinten kommt Dann bin ich auch überrascht Was ich versuche ist hier jetzt so eine Art Keine Ahnung Ein kleines schickes Wohnzimmer zu machen Mit so einem riesen riesen Panoramafenster Riesen riesen Ja das ist echt riesig Und jetzt mache ich erstmal eine Treppe nach oben hin Oh Leute ich will eine Höhle haben Lol Ich wusste es Was dann? Ich habe genau deine Fahrmann gebuddelt Oh Hä wieso hast du denn Ich denke du machst sie unterirdisch Also äh Unter dem Haus ja Und wieso buddelst du dann meinen Fahrmann Weil ich eine Treppe erstmal nach oben haben will Weil mich das ankommt wenn ich da mal so rumhüpfen muss So runterhüpfen muss Na ja das Video heile Oh Nein Ich hätte vielleicht etwas mehr Essen auf die Farm tun mitnehmen sollen Oh scheiße Ey guck dir das man hier ist nirgends wo Eisen Dann such was Ja normalerweise ist doch an so Felswänden mal Eisen Also ich bitte dich Aber hier ist ja wirklich gar nichts Google doch mal eben Ne mach ich wenn die Aufnahme vorbei ist Hm Hast du meine Schaufel? Alter Alter das Anscheinend nicht Boah ich glaube ich finde nicht mehr zum Haus zurück Scheiße jetzt musst du das Haus erstmal wieder finden Warte ich wieder Warte ich wieder Nicht Tick Tack oder so Tick Tack hätte ja was mit der Zeit zu tun Und Tack Tick Ist einfach nur umgedreht Keine Ahnung Jonas Du weißt das Ich farm jetzt nochmal ein bisschen Kühe ab Ach du farmst Kühe ab Ja Jetzt sind wir Burger King Ja naja oder Meckes Nein Burger King Stimmt sind ja nur ausgewählte Rinderbetriebe bei Meckes Das ist ja nur das beste und zarteste Fleisch bei Meckes Ja sicher Weil die Leute immer zu Meckes gehen Ja Und Pizza Hut Ist auch ganz gut so hab ich gehört Ja Pizza Hut ist aber nicht so extrem weh Mann Das war doch der Witz Es heißt Pizza Hut Ja nicht so extrem gut Achso ja ja stimmt Mit Silke Alter wie kann man denn so dumm sein Und Pizza Hut Das ist genau so wie wenn ich zu iPhone iPhone sage iPhone Naja Ja ohne Spaß komm Nicht genau so Da ist wieder Kohle aber kein Eisen Es gibt es doch nicht Oh Leute Was ist denn jetzt schon wieder los Die Dings hier die Folge das Bum Dings da bums da ne Ist vorbei Wir sehen uns Ja Nein Nein Ich will noch nicht Schluss machen Es tut mir leid Ciao Tschüss Ich will noch nicht